wie viele Musliminnen und Muslime mir an der Seite gestanden haben. Und das berührt mich wirklich, wirklich sehr. Und das ist eine riesige Stärke und Unterstützung. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute die Möglichkeit haben, auch nochmal deine Stimme nochmal in die Community zu streuen. Ich habe mich an dieser Stelle an den Vorsitzenden der Wichtinghausen, Wendjarus Akdash, vielen Dank, dass wir ja heute diesen Videodreh bei dir machen dürfen. Ihr habt hier eine tolle Moschee. Ich bin schwer beeindruckt. Jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, fühle ich mich einfach wohl. Ich hoffe, dir geht es auch gut zu Zeiten von Corona. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ich hoffe, dir geht es auch gut zu Zeiten.